hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe vom b2 kurs heute mit dem thema gemeinsam üben damit wir gemeinsam üben können brauche ich vorschläge von euch was wollte heute üben aber zunächst einmal hallo daco schönen guten abend hallo esra und bayern ja schön oder flores schön dass es dir gut geht weil du urlaub hast hallo daniela und veronika was wollte heute üben das ist hier die frage denn heute gibt es das thema gemeinsam üben hallo muss habt ihr einen wunsch dann schreibt es jetzt in den facebook chat und wir werden gemeinsam üben hallo n schön dass du auch hier bist also heute geht es um das thema gemeinsam üben ich schreibe es hierhin gemeinsam üben und das bedeutet auch dass ihr themen braucht was wollte üben ja schöne guten abend hallo aldona also was wollte üben unser thema heute ist wo ist das thema moment ja jetzt ist es da gemeinsam üben was wollte üben das sind deine familien namen dann bayern paul hallo schönen guten abend also was wollte üben schreibt es jetzt in den facebook chat es gibt sicher bestimmt dinge mit denen ihr schwierigkeiten habt ja vielleicht bereitet ihr euch für eine b2 prüfung vor oder auf eine b2 prüfung vor und vielleicht gibt es die eine oder andere schwierigkeit bei der ich euch helfen kann was wollt ihr üben schreibt es mir in den chat und dann werden wir das gemeinsam üben falls ihr so in zwei minuten noch kein thema wisst dann habe ich schon ein thema dass wir gemeinsam üben können und veronika schlägt schon mal vor deklinationen ja das ist bestimmt ein wichtiges thema gibt es noch weitere vorschläge vielleicht kann ich das verbinden schönen guten abend auch an es tut mir leid ich kann kyrillische buchstaben nicht lesen vielleicht heißt du an anna nein ich glaube nicht dass ich kann deinen namen leider nicht lesen aber hallo schönen guten abend und cyril oder kyrill schreibt guten abend hallo guten abend und riem schreibt dass ich vermisst werde dankeschön aber welches thema deklinationen haben wir schon als vorschlag ja hier von veronika habt ihr noch ein thema bilder beschreiben meint aldona bilder beschreiben und deklinationen das passt gut zusammen albaner schreibt ich sehe nichts hier bin ich lokale adverbien meint daco ich denke das können wir gut miteinander verbinden ja deklinationen bilder beschreiben lokale adverbien vielleicht noch ein thema lokale adverbien deklinationen bilder beschreiben john stimmt aldona zu wer von euch möchte kann auch jetzt mit zoom anrufen das hier ist die adresse und kann zu mir in den live stream kommen und kann auch mündlich üben ja wer möchte kann das tun einfach https doppelpunkt schrägstrich schrägstrich zum punkt joffi punkt guru in die adresszeile vom web browser eintragen und schon bist du bei mir im stream das geht mit jedem live stream also immer wenn ich live bin könnte hier anrufen nomen verb verbindungen ja dankeschön nam für dieses thema auch also ich schreibe noch mal auf bilder beschreiben deklinationen nomen verb verbindungen und was hatten wir noch lokale adverbien jawohl dann schalte ich auf den computer und dann schaue ich mal was wir gemeinsam üben können die kommentare kommen gleich wieder zurück und zwar hier oben damit ich nichts verpasse also was ist für das bilder beschreiben wichtig passt bitte gut auf und denkt mit schreibt auch in den kommentaren wenn ihr a fragen habt und b etwas ergänzen wollt was ist beim bilder beschreiben wichtig wenn wir für die b2 stufe bilder beschreiben dann gibt es eine reihe an dinge an die wir denken müssen an das erste was wir denken müssen ist natürlich was kann ich sehen ja was sehe ich aber ich sehe ja nicht nur personen ich sehe nicht nur gegenstände aber auch ja ich sehe nicht nur wie sagt man ja verschiedene objekte auf dem bild sondern eben auch das wo wo befinden sich diese objekte es gibt dazu zum beispiel den vordergrund der mittelgrund und der hintergrund im vordergrund des bildes ich nehme jetzt einfach mal ein 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 blatt papier ja wenn das blatt papier und ich ein bild sind ja dann ist hier das bild das blatt papier im vordergrund im mittelgrund befindet sich das mikrofon im hintergrund befindet sich hier eine ja ich sag mal so eine blaue wand ja ganz wichtig ist hier dass man im vordergrund mittelgrund und hintergrund unterscheiden kann wo sehe ich was ich öffne dazu ein paar bilder und also ein bild und dann schauen wir uns das mit einem beispiel an ich glaube das ist am einfachsten ich öffne mal dieses nein das war eine beschreibung von gestern ja das ist gut also wir schauen uns dieses bild mal kurz an und ja das ist eine schulklasse oder offensichtlich findet das in einer schulklasse statt aber was sehen wir im vordergrund im vordergrund sehe ich zwei arme ja zwei arme also nicht nur hände finger sondern zwei arme ich sehe auch köpfe ja das ist im vordergrund das ist ganz vorne beim betrachter das nennen wir den vordergrund im mittelgrund steht die lehrerin und im hintergrund sehe ich eine tafel wichtig ist dass man in diesen ebenen unterscheiden kann aber das ist nicht das einzige was ist noch wichtig das ist einfach so wo befindet sich was natürlich gibt es auch oben links im bild oben rechts im bild unten links auf dem bild unten rechts auf dem bild in der mitte des bildes eher links auf dem bild eher rechts auf dem bild das sind auch richtungsangaben nein ortspunkte es sind ortspunkte die dabei helfen um zu verstehen zu verstehen wo sich das was ihr sehen könnt befindet also oben links auf dem bild oben rechts auf dem bild unten links auf dem bild unten links auf dem bild unten rechts auf dem bild rechts auf der rechten seite in der mitte teilt in der mitte der mitte er auf der linkenseite er auf der rechten seite ja wenn man das bild in der mitte teilt Dann gibt es eher links und eher rechts. Eher links auf dem Bild, eher rechts auf dem Bild. Bitte variiert das selbst. Wenn ihr beschreibt, dann seht ihr ja genau, wo das ist. Hier kann man sagen, in der Mitte des Bildes sehe ich im Mittelgrund eine Lehrerin. Diese Lehrerin hält ihren rechten Arm oder streckt ihren rechten Arm von sich. Sie hält eine Kreide in ihrer rechten Hand und zeigt auf eine Schülerin. Ja, eine Schülerin. Nein, ich habe sie nicht an der Kleidung erkannt oder an dem Finger, sondern an ihrer Kopfform. Ja, und natürlich kann man diese Lehrerin ganz genau beschreiben. Aber bei B2 geht das noch weiter. Es geht ja gar nicht mal so darum, dass man ganz genau beschreibt, wo was zu sehen ist. Ja, ich könnte sagen, auf der linken Seite des Bildes sehe ich eine Multiplikation. Ja, natürlich kann ich das sagen. Aber viel interessanter ist, was hat zu dieser Situation geführt? Ich schreibe die Frage auf. Was hat zu dieser Situation geführt? Ja, was hat zu dieser Situation geführt? Man könnte auch fragen, wer hat für das Bild bezahlt? Ja, das sind so Fragen, die man sich selber stellen kann, damit man dann über dieses Bild auch Vermutungen anstellen kann. Zum Beispiel könnte man sagen, ich denke, dass das Bild einen typischen Schulalltag zeigt. Oder ich denke, dass man hier eine Mathematikstunde sieht, die am Vormittag stattfindet. Ja, die Lehrerin lächelt sehr. Ja, vielleicht kann das nur am Vormittag sein. Ja, man kann hier ein bisschen vermuten. Ja, und die Schüler zeigen auf. Natürlich zeigen sie auf. Nur, die Frage ist jetzt, warum gibt es dieses Bild? Warum gibt es dieses Bild? Und wenn wir uns um die Frage Gedanken machen, warum es ein Bild gibt, ja, dann gibt es auch die Frage, wer hat für das Bild bezahlt? Oder wer könnte für das Bild bezahlt haben? Dann kann man so Sachen sagen wie, vielleicht ist das ein Bild für Schulunterlagen. Naja, nicht für Schulunterlagen, aber vielleicht soll es als Werbung genutzt werden. Ja, vielleicht präsentiert ein Unternehmen neue Schulunterlagen und damit man sofort weiß, dass alle Produkte für die Schule gedacht sind, könnte dieses Bild genutzt werden. Ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es aber etwas ganz anderes. Ja, vielleicht gibt es dieses Bild, weil die Schule auch eine Homepage hat oder besser gesagt eine Webseite. Und ein Teil der Webseite ist ja diese sogenannte Homepage, also die erste Seite, die ein Besucher sieht. Und vielleicht ist genau dieses Bild das Willkommensbild auf einer Webseite, auf einer Schulwebseite. Ja, man macht sich mehr Gedanken, nicht nur wer ist wo und ja. Ja, außerdem spricht man über eigene Erfahrungen. Ja, man spricht über eigene Erfahrungen. Jedes Bild hat ein Thema. Dieses Bild hat natürlich Schule als Thema, vielleicht auch Mathematik. Und wenn man dieses Bild sieht und über eigene Erfahrungen spricht, dann spricht man natürlich über Dinge, die man selbst erlebt hat. Zum Beispiel, als man in der Schule war. Oder vielleicht hat man selber Kinder, die gerade zur Schule gehen. Und welche Erlebnisse hat man mit den Kindern, die gerade zur Schule gehen. Das alles sollte man berücksichtigen, wenn wir mündlich darüber berichten. Es gibt auch die Textform Bildbeschreibung oder aber auch die Textform Bildinterpretation. Das folgt dann genau in Regeln. Und wenn dich das näher interessiert, schreibe es bitte in die Kommentare. Ja, also eigene Erfahrungen, Bild tatsächlich beschreiben, vermuten. Was hat zu diesem Bild geführt? Wer hat das Bild gemacht oder wer könnte das Bild gemacht haben? Dann, was ist noch wichtig, was könnte zu dieser Situation geführt haben? Dieses Bild ist kein Erinnerungsfoto. Ja, das kann man sehen. Es ist eine professionelle Fotografie. Und das lässt mich vermuten, dass es für Werbung wichtig ist. Ein Banner fragt, kommt die Bildbeschreibung auch bei der B2-Prüfung vor? Das kommt darauf an, welche B2-Prüfung du machst. B2-Prüfungen werden weltweit angeboten. Und es gibt wahnsinnig viele Institute. Also nicht nur das Goethe-Institut, Telg, ÖSD und wie sie alle heißen. Sondern es gibt ja auch Schüler und Schülerinnen, die Deutsch als Fremdsprache an ihrer Schule lernen. Ja, und wenn das so ist, dann kann natürlich auch eine Bildbeschreibung, eine schriftliche Bildbeschreibung vorkommen. Deshalb muss man da immer so allgemein sprechen. Aber genau diese Punkte braucht man ja auch, wenn man mündlich über ein Bild spricht. Ja, bei einer B2-Prüfung beim Goethe-Institut zum Beispiel geht es weniger darum, dass man das Bild direkt beschreibt. Sondern da gibt es vielleicht ein Bild oder zwei Bilder, eine kleine Überschrift dazu. Und dann diskutiert man zu einem Thema. Auch hier muss man das Bild deuten können. Ja, damit meine ich die Bedeutung des Bildes erkennen. Und da hilft es sehr, wenn man genau weiß, wie man Bilder beschreibt und wie man Bilder einsortieren kann. Wenn man das hier als Werbefotografie sehen kann, dann kann man natürlich die Argumente, die man hat, auf Werbung aufbauen. Es könnte auch so ein Bild sein. Ja, und dann ist die Frage, was ist das Thema? Ja, hier ist das Thema Fußball, Sport, ja. Was ist es nicht? Innenbeleuchtung. Ja, also Innenbeleuchtung ist es definitiv nicht. Da gibt es nichts zum Thema Innenbeleuchtung. Ja, aber Fußball ist eine Sportart. Und unabhängig davon, ob du persönlich Fußball magst oder nicht, könnte so ein Bild bei einer Prüfung auftauchen. Und trotzdem ist es dann wichtig, darüber nachdenken zu können. Sehr gerne, Albana. Ja, ich fasse zusammen. Bilder beschreiben. Denkt bitte an diese Ebenen im Bild. Zum Beispiel Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Was sehe ich dort? Dann gibt es auch diese Richtungen. Wisst ihr, wenn jemand die Augen schließt und ihr beschreibt ein Bild, dann sollte die Person einen guten Eindruck davon haben, was man auf dem Bild sehen kann. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber das kann man üben. Ja, ich sehe gerade, es ruft jemand an. Hallo, 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 hallo. Kannst du mich hören? Wer bist du? Hallo, hallo. Halli, hallo. Kannst du mich hören? Hallo? Ich kann mich selber hören, aber dich kann ich nicht hören. Kannst du bitte YouTube abschalten, währenddessen du mit mir in Zoom bist? Hallo? 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 Bist du noch da oder bist du schon wieder weg? Nein, ich bin da. Ah, du bist da. Ich kann mich nur ganz leise hören. Kannst du mich gut hören? Ja. Ja, ich kann gut hören. Aha, das ist interessant. Moment, kannst du noch mal Hallo sagen? Ja, hallo. Ich höre dich ganz leise. Moment, ich muss dich für mich ein bisschen lauter machen. Ich höre heute so schlecht. Moment. So. Aha, nein, also bei mir ist schon alles ganz laut. Ich hoffe, ihr könnt sie hören. Ich kann sie nur ganz schlecht hören. Ja, möchtest du gleich mit mir ein Bild üben? Ja. Okay, dann nehmen wir gleich dieses Bild. Ich werde das gleich direkt zur Seite geben, damit du alles sehen kannst. Ja. Ja, dann bitte beschreibe dieses Bild so gut wie möglich. Also, auf diesem Bild kann man über das Thema Sport sprechen oder Freizeit sprechen. Aha. Was man in der Freizeit macht. Auf dem Bild sehe ich zwei Fußballspieler. Aha. Sie spielen gegen einen anderen. Aha. Vielleicht, weil ein Spieler versucht, den Ball, den andere Spieler zu nehmen. Ja. Spielst du auch selbst Fußball? Nein, ich spiele nicht gerne Fußball, aber Basketball ja. Und was glaubst du hat zu diesem Bild geführt? Also, ich denke, dass Fußball ist ein wichtiger Sport. Aber es ist ein Spiel, das Männer spielen und nicht so viele Frauen. Aber heutzutage, auch Frauen können Fußball spielen. Und was hat zu diesem Bild geführt? Warum gibt es dieses Bild? Was glaubst du? Hm, ich weiß nicht. Lass es uns gemeinsam beschreiben. Ja. Ja? Lass es uns gemeinsam beschreiben. Und zwar, auf diesem Bild sehe ich zwei Personen, die Fußball spielen. Im Vordergrund des Bildes sehe ich am unteren Bildrand einen Ball, einen Fußball. Im Mittelgrund des Bildes sehe ich drei Knie. Zwei Knie sehe ich von der Rückseite und ein Knie von der Vorderseite. Ungefähr in der Mitte des Bildes wird ein Knie durch ein anderes Knie überdeckt. Beide Fußballspieler tragen Stutzen, das sind lange Socken, tragen Stutzen mit weißen Streifen am oberen Rand. Beide Sportler tragen weiße kurzen Hosen. Einer der Sportler hat ein rotes T-Shirt, der andere hat ein weißes. Im Hintergrund des Bildes sehe ich nur die Wiese. Es gibt dann noch andere Dinge, die ich im Hintergrund sehen kann, aber ich kann es nicht genau sagen, was es ist. Zum Beispiel gibt es eher oben links auf dem Bild eine große graue Fläche. Das könnte ein Gartensaun sein oder die Abgrenzung vom Fußballfeld. Etwas weiter dahinter gibt es noch eine große gelbe Fläche, aber ob das ein Haus ist oder ein Autobus, das kann ich nicht sagen. Was könnte zu diesem Bild geführt haben? Ja, vielleicht ist dieses Bild aus einer Zeitung, die über ein Fußballspiel berichtet. Oder vielleicht ist dieses Bild ein Foto, das für einen Fußballverein werben soll. Ich kann es nicht genau sagen, aber vielleicht gibt es noch weitere Gründe, warum es das Foto gibt. Das Foto sieht sehr professionell aus. Dafür gibt es bestimmte Gründe, die haben mit verschiedenen Regeln von Fotografien zu tun. Und ich vermute, dass es eine professionelle Fotografie ist und kein Erinnerungsfoto. Ich persönlich habe keine guten Erfahrungen mit dem Fußball. Jedes Mal, wenn ich als Kind Fußball gespielt hatte, hatte ich sehr viele blaue Flecken. Aber trotzdem hat es viel Spaß gemacht, besonders dann, wenn es wieder vorbei war. Ich hoffe, du kannst dir ein paar Tipps rausholen aus dem, was ich gesagt habe. Wir hören uns jetzt nochmal deine Beschreibung an und wir korrigieren gemeinsam. Also, auf diesem Bild kann man über das Thema Sport sprechen oder Freizeit sprechen. Du meintest, bei diesem Bild können wir über Freizeit und auch über Fußball sprechen. Bei diesem Bild. Du hast dieses Bild sozusagen in der Hand. Bei diesem Bild können wir über dies oder das sprechen. Es geht weiter. Was man in der Freizeit macht. Genau. Oder was man in der Freizeit macht, machen kann. Auf dem Bild sehe ich zwei Fußballspieler. Aha. Sie spielen gegeneinander. Aha. Möchtest du bitte wiederholen? Sie spielen gegeneinander. Wiederhole mal. Gegeneinander. Ganz genau. Gegeneinander. Gegeneinander. Sag es in einem. Gegeneinander. Gegeneinander. Wunderschön. Super. Gegeneinander. Ganz genau. Es geht weiter. Vielleicht, weil ein Spieler versucht, den Ball, den anderen Spieler nehmen. Vielleicht möchte ein Spieler dem anderen Spieler den Ball wegnehmen. Vielleicht möchte ein Spieler dem anderen Spieler den Ball wegnehmen. Ja. Vielleicht möchte der Spieler dem anderen Spieler den Ball wegnehmen. Dem anderen Spieler. Dem anderen Spieler. Ganz genau. Es geht weiter. Ja. Ja. Ähm. Was kann man sagen? Ich weiß nicht. Spielst du auch selbst Fußball? Nein. Ich spiele nicht gern Fußball, aber ich spiele Basketball. Oder ich spiele nicht gerne Fußball, aber ich spiele gerne Basketball. Basketball. Oder kann man sagen, ich spiele nicht gern Fußball, sondern Basketball? Ja. Natürlich. Das kannst du auch sagen. Genau. Aber in dem Satz hat ein bisschen was gefehlt. Und das müssen wir ergänzen. Ganz kurz. Nergis. Ganz kurz. Wir üben hier. Ja. Es gibt kein Schrecklich oder Furchtbar oder so. Ja. Wir üben hier. Deshalb sind wir hier. Und ja, Daniela, das könnte eine Werbung für Socken sein. Warum nicht? Ja. Die echten Fußballsocken, die man kaufen kann. Super. Ganz genau. Es geht weiter. Und was glaubst du, hat zu diesem Bild geführt? Hier hast du die Frage nicht korrekt verstanden. Also wenn man fragt, was hat zu diesem Bild geführt? Was hat zu diesem Unfall geführt? Dann möchte man immer wissen, was ist passiert? Was könnte passiert sein? Ja. Wenn wir vermuten, dann sagen wir immer sowas wie, ja, ich glaube das oder vielleicht ist dies oder das oder das passiert. Oder man könnte auch sagen, ja, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht ist das ein Foto aus einer Zeitung. Ja. Da kann man dann vermuten und vielleicht hat ein Fotograf dieses Bild gemacht, damit jemand einen Zeitungsartikel schreiben kann. Ja. Was hat dazu geführt? Warum gibt es dieses Bild? Ja. Heißt diese Frage. Danke. Aber du hast trotzdem geantwortet. Also ich denke, dass Fußball ist ein wichtiger Sport. Ich denke, dass Fußball ein wichtiger Sport ist. Ich wiederhole. Ich denke, dass Fußball ein wichtiger Sport ist. Ja. Ich denke, dass Fußball ein wichtiger Sport ist. Ein wichtiger Sport ist. Bitte nochmal. Ich denke, dass Fußball ein wichtiger Sport ist. Aha. Das ist schon viel besser. Wir sagen bei dem SP sagen wir immer SP. Also Sport. Wiederhole nochmal. Sport. Ja, viel besser. Ausgezeichnet. Es geht weiter. Aber es ist ein Spiel, das Männer spielen und nicht so viele Frauen. Das schreibe ich auf. Achso, du kannst es nicht sehen. Moment. Aber gleich. Moment. So. Ich denke, dass das ein Spiel ist, dass eher Männer als Frauen spielen. Ich denke, dass das ein Spiel ist, dass eher Männer als Frauen spielen. Natürlich gibt es die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Natürlich gibt es das auch. Ja. Ich denke, wie du gesagt hast, du hast später gesagt, heutzutage spielen alle alle Spiele. Ja. Und trotzdem gehört das bestimmt dazu. Ja. Es ist natürlich kein Sport nur für Männer. Das nicht. Ja. Aber du hast bestimmt recht. Ja. Wir sagen das so. Ich denke, dass das ein Spiel ist, das eher Männer als Frauen spielen. Das hier ist relativ gebraucht. Ja. Welches. Das Spiel. Welches. Da kann man welches sagen oder das. Ja. Und jetzt weißt du auch, warum dieses das hier fehlt. Möchtest du den Satz wiederholen? Ja. Ich denke, dass das ein Spiel ist, das Fußball vielleicht. Ja. Ja. Wie bitte? Vielleicht fehlt ein Wort hier, das Fußball. Nein. Hier fehlt kein Wort. Ich denke, dass das ein Spiel ist. Also, du hast vorher von Fußball gesprochen. Ja. Das wissen wir. Ich denke, dass das ein Spiel ist, welches eher Männer als Frauen spielen. Ja. Ich wiederhole gerne. Ich denke, dass das ein Spiel ist, welches eher Männer als Frauen spielen. Genau. Du kannst natürlich auch hier das Das sagen. Ja. Aber wenn du so oft Das hast, dann ist das irgendwie komisch. Das klingt nicht so schön. Ja. Ich denke, dass das ein Spiel ist, das eher Männer als Frauen spielen. Ja. Das ist das Spiel. Der Satz ist so. Das ist das Spiel, das eher Männer als Frauen spielen. Und du sagst vorher, ich denke, dass. Ich denke, dass das ein Spiel ist. Es ist ein Spiel, ja. Ich denke, oder das ist das oder ein Spiel, das eher Männer als Frauen spielen. Das hier ist, ja, die gewöhnliche Aussage. Und hier hast du diesen Nebensatz mit das. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. In der englischen Sprache würdest du sagen, this is a game. Ja. Das ist ein Spiel. Ich denke, dass das ein Spiel ist. Genau. Dann hören wir weiter. Moment. Also. Auf diesem Bild kann man über das Thema Sport sprechen. Okay. Das war schon zu Ende. Okay. Macht aber nicht. Sprecher. Ja. Also. Das ist ein Spiel, das eher Männer als Frauen spielen. Möglich. Ja. Und du hast dann später noch gesagt, heutzutage ist das ein bisschen anders. Ja. Früher war das auch anders. Ja. Anara schreibt, ich spielte Fußball, als ich Studentin war. Frauenmannschaft gegen Männermannschaft. Wir hatten großen Spaß. Bitte schreib großen Spaß. Das hier mit SZ. Ein N gehört dazu. Und Spaß bitte mit dem scharfen S. Ja. Wuck schreibt, jeder von uns spricht am Anfang schrecklich und dementsprechend üben wir nicht wahr. Ganz genau, Wuck. Du sagst es. Ja, genau, sagt Daniela. Nergis sagt, ich verstehe, aber ich habe nur A1 und ich spreche besser. Entschuldigung, wie ist das? Naja. Freu dich darüber. Ja. Dann. Dani schreibt, Fußball ist nicht nur Männer, sondern auch für Frauen. Und du meintest nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Bitte denk an die Präposition. Und Anara schreibt, der Autor vom Bild möchte ein Stück vom Fußball zeigen. Es ist ein Fotograf. Bei einem Bild gibt es keinen Autor. Ja. Du kannst sagen, der Autor, nein, der Fotograf des Bildes, wir nutzen hier Genitiv, möchte ein Stück vom Fußball zeigen. Ja, wenn du, naja, der Fotograf zeigt mehr als ein Stück vom Fußball. Moment. Da ist das Stück vom Fußball. Ja. Man sieht ja nicht den ganzen Fußball. Man sieht nur einen Teil oder ein Stück des Fußballs. Ja. Und wenn der Fotograf ein Stück des Fußballs zeigen hätte wollen, dann würde das Foto so aussehen. Ja. Also deine Aussage stimmt nicht. Vielleicht meintest du etwas aus einem Fußballspiel. Ja. Eine Aufnahme aus dem Fußballspiel. Der Fotograf des Bildes möchte eine Aufnahme eines Fußballspiels zeigen. Das geht schon. Genau. Teil, mein Dream noch. Genau. Also das ist ein Teil eines Fußballs. Ja. Wir sehen nicht den gesamten Fußball. Wir sehen nur einen Teil eines Fußballs. Ja. Und wie soll ich sagen? Bitte, ihr könnt gerne schöne Formulierungen sagen und finden. Aber eines ist ganz wichtig. Sie dürfen gerne schön sein. Aber die Formulierungen müssen auch passen. Ja. Sie müssen stimmen. Sonst passt ja das nicht, was ihr sagt. Genau. Dann noch ein Bild. Was kannst du hier sehen? Äh, John? Ja, ich bin hier. Ja. Was kannst du hier sehen? Ich überlege mich. Mir. Bei diesem Bild kann man... Bei diesem Bild kann man... Bei diesem Bild kann man... Was kann man sehen? Äh... Zettel... Zettel mit Nummern sehen. Aha. Ja. Und äh... Und äh... Äh... Sie legen auf dem... äh... Äh... Einen Schreibtisch? Ja, vielleicht. Ja. Äh... 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 Hat... Äh... 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 Hm... Welchen Monat betreffen diese Zahlen? Kannst du das sehen? Ja. Ja. Also vielleicht sind die Termine für äh... Eine Woche im äh... Äh... März? Ja. Mhm. Äh... Äh... Und äh... Und äh... Ich kann zum Beispiel eine rote Zahl sehen und viele schwarze Zahlen. Äh... Äh... Er hat ganz äh... 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 Alle äh... Tage... Termine. Äh... Hm. Vielleicht sind das Wochentage. Maschid schreibt, auf dem Foto sehe ich die Papiere eines Papierkalenders vom März. Das finde ich sehr schön. Verschiedene Kalenderzahlen schreibt Dani. Ja. Ich sehe hier auch äh... Ähm... Ähm... Die... Kalenderblätter. Ich sehe Kalenderblätter von einem Kalender und diese Kalenderblätter sind abgerissen. Ja. Sie sind auf einem Tisch verteilt. Ich sehe zum Beispiel Montag den 10. März. Ich sehe Donnerstag den 13. März. Hm. Was könnte denn der 9. März für ein Wochentag sein? Äh... Nein. Vielleicht äh... Er hat keinen Termin am 11. Er hat frei zum Beispiel. Was ist das für... Was ist der 9. für ein Wochentag? Äh... Es ist ein... Äh... Äh... Die 9. Die in Rot geschrieben ist ein wichtiger Termin. Vielleicht ist es Urlaub. Hm. Meine Frage war... Was ist das für ein Wochentag? Ein kleiner Tipp. Hier ist der 10. März. Der 10. März ist ein Montag. Was ist der 9. März für ein Tag? Sonntag. Exakt, ja. Das ist ein Sonntag. Und der 15. März? Ja, auch ein Sonntag. Bist du sicher? Ja. Donnerstag ist der 13. Dann muss Freitag der 14. sein. Und 15. muss dann ein Samstag sein. Ja, ein Samstag, ja. Ja. Aber... Ja, das sind Kalenderblätter. Wir sagen dazu Kalenderblätter. Wenn man von einem Papierkalender eine Seite abreißt, dann hat man ein Kalenderblatt abgerissen. Und warum sind diese Blätter abgerissen? Was glaubst du? Er klebt dieser Zettel vielleicht in ihrem Blatt? Also du meinst, die Blätter kommen auf ein anderes Blatt und werden dann woanders hingegeben? Ja, er erinnert sich vielleicht für die nächsten Termine. Aha. Also Kalenderblätter, die man abreißt, sind vorbei. Also diese Tage sind schon vorbei. Daku schreibt zum Beispiel, diese Tage sind schon vorbei. Daniela schreibt auch, weil sie vorbei sind. Und AA schreibt, weil die Tage schon vergangen sind. Ganz genau. Die Tage, die vergangen sind, die Tage, die vorbei sind, werden von dem Kalender abgerissen. Diese Tage sind hier auf einem Papier, nein, auf einem Tisch oder auf einem Kasten obendrauf. Man kann es nicht genau sagen. Es ist einfach weiß, eine weiße Fläche. Aber wer könnte dieses Bild gemacht haben? Wer könnte dieses Foto gemacht haben? Warum existiert dieses Foto? Was hat zu diesem Bild geführt? Ja, es hat diese Kalenderblätter eine Person, die in einem Büro arbeitet. Ja, und was hat die Person mit diesen Kalenderblättern vor? Warum sind sie auf dem Tisch? Vielleicht hat er diese Termine gemacht? Vielleicht, ja. Vielleicht hat diese Person auf die Rückseite eine wichtige Telefonnummer aufgeschrieben und hat das Altpapier ausgeleert, um die Telefonnummer zu suchen. Oder, was schreiben die Leute im Internet? Zum Beispiel, Nassim schreibt, vielleicht sind das ganz wichtige Tage. Und vielleicht, schreibt Rosetta, war diese Person in dieser Woche völlig unzufrieden. Ja, wer weiß das so genau? Das könnte zu diesem Bild geführt haben. Nares schreibt, vielleicht ist dieser Monat schon vorbei. Man braucht diese Blätter nicht mehr. Diesen Monat kann man nicht mehr brauchen. Er ist ja vorbei. Ja, aber vielleicht braucht diese Person diese Blätter nicht mehr. Genau. Vielleicht ist das auch wieder ein Bild für die Zeitung. In welchem Zeitungsartikel könnte dieses Bild toll sein? Oder für welchen Zeitungsartikel könnte man dieses Bild brauchen? Veronika beantwortet die Frage so. Vielleicht ist es eine Bewerbung für eine Zeitmanagement... Nein, du meintest nicht Bewerbung, du meintest Werbung. Eine Bewerbung schickt man, wenn man einen Job haben möchte. Du meintest Werbung. Aber dein Gedanke gefällt mir. Hör mal gut zu nochmal. Vielleicht ist es eine Werbung für einen Zeitmanagement-Workshop. Das ist eine sehr schöne Idee, Veronika. Super. Burg schreibt, die Person hatte keine Zeit, den Tisch aufzuräumen. Hahaha. Sehr schön. Super. Das gefällt mir auch gut. Vielleicht, meint Daniela, wollte die Person gerade die Blätter wegwerfen. Ja. Aber vielleicht hat eine böse Arbeitskollegin noch schnell ein Foto gemacht. Ja, das könnte ja auch sein. Oder ja, vielleicht ist das Werbung. Veronika korrigiert noch einmal. Habt ihr nochmal Lust auf ein weiteres Bild? Ja. Ja. Okay, dann das nächste Bild. Wieder dieselbe Frage. Was siehst du wo? Denk bitte an Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. und denk bitte auch an auf der linken Seite, auf der rechten Seite, eher links, eher rechts. Ja. Und denk bitte auch an das, warum dieses Bild überhaupt existiert. Jetzt sage ich nichts, jetzt bist du dran. Ja. Weißt du schon, was du sagen möchtest? Ja. Ja. Auf diesem Bild sehe ich eine kleine Wohnung. Aha. Auf dem linken, auf dem linken, sehe ich ein Fernseher, in der Mitte die zwei Blumentöpfe. Achtung, in der Mitte ist ein Vorhang. Nein, nein. Nein, nein. Auf dem linken... Du meinst, auf der linken Seite des Bildes sehe ich eher in der Mitte zwei Blumenvasen. oder meinst du, auf der linken Seite des Bildes sehe ich eher unten auf dem Bild zwei Blumentöpfe und einen Fernseher. Ja. Aha. Ja. Was siehst du noch? Oben links ist auch noch ein Blumentopf, ein kleiner Blumentopf. Ah, du meinst, über dem Fernseher steht ein kleiner Blumentopf auf einem kleinen Regal. Ja. Aha. Und hier sehe ich auch ein Bild. Neben dem kleinen Blumentopf sehe ich links ein kleines Bild. Es hat einen grünen Rahmen. Ja, mit einem grünen Rahmen. Auf dem rechts... Auf der rechten Seite des Bildes... 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 ... sehe ich ein großes Regal. 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 Oder einen großen Schrank. 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 Aha. Mit vielen Fächer. Ganz genau. Im Regal stehen viele Bücher. In der Mitte... Zum Beispiel. Der Fotograf wollte mit diesem Bild zeigen, dass er seine Woche alle Termine geschafft hat. Achso. Du erklärst noch die Zahlen. Wir sind jetzt schon beim Wohnzimmer. Ja. Ja. Also. Heute geht es ja um das B2-Niveau. Hör mal gut zu. So funktioniert das. Auf diesem Bild sehe ich ein Wohnzimmer. Dieses Wohnzimmer ist vielleicht aus einem Katalog. Aus einem älteren Katalog. In diesem älteren Katalog, vielleicht aus den 90er Jahren, gibt es nicht nur ein großes Regal bzw. einen großen Schrank, sondern auch einen uralten Fernseher. Den uralten Fernseher sieht man auf der linken unteren Seite des Bildes. Der Fernseher ist gleich direkt zwischen zwei Blumentöpfen mit Pflanzen. Oder man kann auch sagen, zwischen zwei Topfpflanzen. Der alte Fernseher hat auch eine alte Zimmerantenne. Über diesem Fernseher befindet sich ein Regal. Auf diesem Regal gibt es eine kleine Blumenvase und zwei rote Kerzen. Gleich neben dieser Blumenvase befindet sich ein Bild in einem kleinen grünen Rahmen. Auf der linken oberen Ecke des Bildes sehe ich zwei leuchtende Lampen. Vielleicht gehört der Lichtschalter, der eher in der Mitte links auf dem Bild zu sehen ist, direkt zu diesen Lichtern oder zu diesen Leuchten. Im Hintergrund des Bildes kann ich durch die Balkontür hindurch gleich direkt auf den Balkon oder die Terrasse sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Terrasse oder ein Balkon ist. Ich kann nicht alles sehen. Im Vordergrund des Bildes sehe ich einen kleinen runden Tisch. Auf diesem kleinen runden Tisch, der sich eher auf der rechten unteren Seite des Bildes befindet, sehe ich ein Weinglas. Dieses Weinglas ist ungefähr halb voll. Es gibt dann noch ein weiteres Weinglas auf diesem Tisch und zwischen diesen beiden Weingläsern befindet sich eine Obstschale. In dieser Obstschale sehe ich einerseits Weintrauben, aber auch andere Früchte. Ich glaube, dass es Pfirsiche sind. Das Bild ist etwas verschwommen, deshalb kann ich es nicht genau sagen. Jedenfalls bedeckt der Boden des Wohnzimmers eine sehr große Fläche auf diesem Bild. Der Boden reicht vom Vordergrund bis über den Mittelgrund bis zum Hintergrund des Bildes hinaus. Im Mittelgrund des Bildes sehe ich die Balkontüre. Die Balkontüre lässt direkt die Sonne in das Wohnzimmer fallen. Deshalb kann man auch den Hintergrund schwer erkennen. Die Vorhänge sind aufgezogen. Es gibt einerseits Stor und andererseits auch Blickdichtenstoff. Das gibt es wahrscheinlich, damit man auch das Licht von draußen abhalten kann. Was könnte zu diesem Bild geführt haben? Zu diesem Bild könnte geführt haben, dass man damals vielleicht für einen Katalog ein Wohnzimmer gebraucht hat. Vielleicht ein großes Möbelhaus möchte zeigen, was es Neues gab. Es ist ja von damals, so vermute ich. Ich vermute, dass es ein sehr altes Wohnzimmer ist, da ja auch der Fernseher sehr alt aussieht. Es handelt sich hier um einen Röhrenfernseher und wenn man ganz genau hinsieht, dann sieht man unter dem Röhrenfernseher auch sogar noch einen alten Videorekorder oder vielleicht den ersten DVD-Player, den es gab. Vielleicht wollte dieses Möbelhaus, dieses Bild dazu nutzen, um die einzelnen Dinge zu verkaufen, wie zum Beispiel Regal oder den runden Tisch oder aber auch diese kleine Stellage, auf dem der Fernseher steht bzw. auch das Regal. Das Bild wirkt wie kreiert. Also es ist kein natürliches Wohnzimmer. Ein natürliches Wohnzimmer schaut ein bisschen anders aus. Das Bild sieht sehr geplant aus und deshalb glaube ich, dass es eine geplante Fotografie ist. Erinnerungsfoto ist es keines und deshalb denke ich, dass es sich hier um ein Werbefoto handelt. Ja, das ist B2. Also wir müssen noch viel üben. Das macht ja nichts, ja. Wir üben ja alle gerne. Aber wenn ihr euch später dieses Video nochmal anseht, dann könnt ihr alles nochmal in Ruhe aufschreiben, was ich gesagt habe. Dann habt ihr Phrasen, die ihr verwenden könnt. Riem fragt noch, wirkt wie was? Wirkt, als ob es ein sehr altes Wohnzimmer wäre. Ja. Ja. Dani sagt, sie haben das Bild beschrieben wie C2. Nein, das ist der gewöhnliche Sprachgebrauch. Das sind nur Alltagsgegenstände. Aber wo ist was? Ja. Ist es im Hintergrund? Ist es im Mittelgrund? Ist es im Vordergrund? Nein. Eigentlich dieses Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Hm. Das ist, wenn du so willst, B1. Ja. Diese Bildebenen. Auf dem Bild, links auf dem Bild, oben rechts auf dem Bild sehe ich, unten links auf dem Bild sehe ich. Ja. Nein. Das ist keine C2-Beschreibung. Das ist eine B2-Beschreibung. Bitte lernt das gut. Ja. Denkt an diese Dinge. Das hat mit Denken zu tun. Wenn man das in der Muttersprache nicht kann, dann ist das auch für die Fremdsprache schwierig. Deshalb möchte ich euch empfehlen, lernt es zuerst für die Muttersprache. Und wenn ihr das in der Muttersprache könnt, findet gute Übersetzungen für die deutsche Sprache. Aber nein, das ist keine C2-Beschreibung. Eine C2-Beschreibung ist dann noch ganz anders. Ja. Die ist dann noch ganz anders. Aber wir können gerne bei einem unserer C2-Kurse auch mal Bilder auf dem C2-Niveau beschreiben. Das ist überhaupt kein Thema. Da geht es dann noch um viel mehr. Ja. Da geht es dann auch um Relationen, um Vergleiche, um Erinnerungen an bestimmte Epochen. Ja. Aber ja, Dani, das sagst du. Man braucht hier viel Übung. Deshalb. Ja. Lasst es uns so machen. Ich sehe gerade, ich habe noch eine Jet-Nachricht in Zoom bekommen. Man erinnert sich an die Kindheit. Habe ich eine Direktnachricht bekommen. Ja, natürlich. Das kann auch sein. Dieses Wohnzimmer kann einem natürlich auch an die Kindheit erinnern. Natürlich. Wenn es um Erfahrungen geht, dann muss man diese Erfahrungen noch dazu sagen. Ja. Der Punkt der Erfahrungen, der ist jetzt ein bisschen vielleicht zu kurz gekommen. Aber ich bin, wie soll ich sagen, ja, so in meiner Kindheit hat dieses Wohnzimmer sehr ähnlich, also dieses Wohnzimmer, in dem ich Zeit verbracht habe, hat sehr ähnlich wie dieses Wohnzimmer ausgesehen. Ja. Aber der Lichtschalter hier, der war nicht so unnatürlich positioniert. Ja. Dieser Lichtschalter ist hier sehr unnatürlich positioniert. Ich glaube nicht, dass das ein echtes Wohnzimmer ist. Ja. Aber der Rest sagt, Übung macht den Meister. Da hast du völlig recht. Und was mir wichtig ist, ist eine Sache. Und zwar, bitte denkt weiter. Ja. Wenn ihr sagt, auf dem Bild sehe ich ein Wohnzimmer, da gibt es Bücher und eine gelbe Couch, ja, da mag das alles stimmen. Aber niemand weiß, wo ist das genau. Ja. Und dieses, wo ist das genau, sollte man auf jeden Fall achten. Die Person, die das hört, hat keine Ahnung, wo das dann ist. Ja. Die Person weiß zwar, okay, gut, es gibt ein Regal und es gibt einen Blumentopf und einen Fernseher. Aber wie sieht dieses Zimmer aus? Davon hat die Person keinen Eindruck. Und ab B1 sollte man das können. Ab B2 detaillierter. Ja. Mit Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Bei B1 lernt man so Dinge wie auf der oberen Seite, auf der oberen Kante des Bildes. Ja. Ganz oben auf dieser Kante des Bildes. Manche Bilder haben auch Bilderrahmen. Ja. Die kann man auch beschreiben. Aber bei Prüfungen haben Bilder keine Bilderrahmen. Aber es gibt Situationen. Und wenn es Situationen gibt, dann muss man auch über diese Situationen nachdenken. Ja. Ich zeige euch mal ein Bild. Dieses hier. Zum Beispiel. Moment. Ich habe es gleich. Hier. Da steht zum Beispiel, Arbeit soll Spaß machen. Und dann sieht man hier einen Typen, der definitiv keinen Spaß hat. Ja. Und wenn man dann so ein Bild hat und es steht da, Arbeit soll Spaß machen. Naja. Dann, wenn man sagt, ja ich sehe auf diesem Bild einen Mann und dieser Mann hat Kopfweh. Und da steht, Arbeit soll Spaß machen und Arbeit macht ihm keinen Spaß. Dann ist das zu wenig. Viel zu wenig. Denn, was habe ich euch gesagt? Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Im Vordergrund des Bildes sehe ich viele Ordner. Die Ordner sind links und rechts auf dem Bild zu sehen. In ungefähr der Mitte des Bildes sitzt ein Mann mit schwarzen Haaren. Er hat eine Armbanduhr an der linken Hand und trägt einen Anzug. Man kann die Knöpfe auf beiden Seiten seines Anzuges, seines Sakkos gut sehen. Er sitzt vor einem Notizbuch und offensichtlich macht er sich große Sorgen. Vielleicht hat er auch Stress. Im Hintergrund des Bildes sehe ich sehr viele Regale, sehr viele Ordner und sehr viele Bücher. Vielleicht ist er Buchhalter von Beruf. Ich weiß es nicht genau. Aber versteht ihr, das ist etwas ganz anderes, als wenn ich sage, ich sehe auf diesem Bild einen Mann, der hat Stress. Von der Brille habe ich noch nichts gesagt. Aber, weil gerade vorher war, das war eine C2-Beschreibung. Bei C2 würde man sagen, diese Ordner wirken wie Klemmbretter. Das macht die Szene sehr eng und diese Person wirkt dadurch noch viel bedrückter. Das wäre auf dem C2-Niveau. Da bespricht man dann tatsächlich die Bildgestaltung. Wie ist das Bild gestaltet? Welche Mittel werden dazu genutzt, um diese Situation wirken zu lassen? Das muss man bei B2 nicht tun. Bei B2 reicht das, wenn man den Vordergrund, den Mittelgrund, den Hintergrund beschreiben kann. Die Personen beschreiben kann. Dann das Thema, das man hier sieht, auch in Verbindung mit dem Bild sehen kann. Und dann darüber sprechen kann. Ja, das reicht dann völlig. Aber, nein, das was ich gemacht habe, war eine gute B2-Beschreibung. Was ich jetzt gezeigt habe mit dem beklemmenden Gefühl, das durch die enge Anordnung dieser Ordner entsteht, das ist dann C2. Also Leute, ich hoffe, dass euch heute das Üben genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Wir müssen immer schauen, wo sind wir gerade, damit wir wissen, wie wir weiterkommen. Aldona sagt noch, auf Privatstunden ist das noch schlimmer. Ja, das stimmt schon. Ich kann schon ein bisschen streng sein. Aber ich bin nicht böse. Es geht einfach darum, dass wir immer besser werden. Und wenn wir immer nur dasselbe sagen, das was wir schon wissen. Und wenn wir immer nur diese selben Dinge hören, dann kommen wir nicht weiter. Deshalb mein Tipp. Bitte, liebe Leute, wenn ihr das nicht macht, dann macht das bitte. Lest. 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 Tausendmal in der Woche. Öffnet eine Online-Zeitung. Ja, vielleicht auch die Bild-Zeitung für den Anfang. Ja, aber bitte öffnet Online-Zeitungen. Schaut euch die Bilder an, die ihr seht und lest sie bitte in deutscher Sprache. Und zwar diese Zeitungen. Und versucht bitte, das Bild in Verbindung mit dem Text zu bringen. Und ja, manches Mal ist das gleich. Ja, manches Mal beschreibt der Text ein Bild, eine Situation auf dem Bild. Und manches Mal was völlig anderes. Aber bitte lest. Und lernt bitte unbedingt mehr zu sehen. Schaut euch die Bilder genau an. Und dann sieht man auch, dass der Mann eine Brille in der Hand hat. Ja. In diesem Sinne darf ich euch einen fantastischen Abend wünschen. Einen schönen Vormittag. Ihr wisst ja, schaut ja zu jeder Tages- und Nachtzeit zu. Auf jeden Fall einen restlichen schönen Tag. Nein, einen schönen restlichen Tag. Wie geht es morgen weiter? Morgen geht es hier auf YouTube mit einem C1-Thema weiter. Übermorgen mit einem C2-Thema. Und über, übermorgen ist ja schon wieder Montag. Da gibt es dann das Quiz für alle Niveaustufen. Liebe Leute, mir hat es großen Spaß gemacht. Bitte denkt weiter. Bitte hört nicht auf zu lernen. Lernt immer wieder weiter. Wenn ihr neue Wörter hört, dann lernt sie. Wenn ihr neue Begriffe seht, dann bitte nehmt sie auf. Verwendet sie bitte auch selber. Ja. Wenn ihr Begriffe selber verwendet, dann bleiben sie besser im Kopf. Natürlich kann passieren, dass man mal einen Begriff falsch verwendet. Ja. Aber mit etwas Glück kann man sehen, wie die andere Person reagiert. Und dann sieht man schon, ob das jetzt richtig war oder nicht. Ja. Oder ob das gepasst hat oder nicht. Ja. Dann. Ja, ebenso. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch hier. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt das Video an Freunde. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann schickt das Video bitte an Leute, die ihr nicht mögt. Ja, dann könnt ihr ihnen gleich etwas heimzahlen oder sowas. Ja. Also, liebe Leute, alles Gute für heute und bis bald. Tschüss, alles Gute. Wieнем male? Ja. Yann Und der Weiche ist alles Gute. Gute gerne. Alles Gute Gute. Ich hoffe, es hilft dir, den Abeln, rein und das in einig bei der Welt gest scaledet werden. Untertitelung des ZDF, 2020